Hallo Leute, heute möchte ich euch mal was ganz Spezielles zeigen für die Leute, die gerne ausreiten. Und zwar ist das eine Trense, eine schöne, sehr stabile Ledertrense, die gleichzeitig ein Half damit ist. Und zwar hier, wie ihr seht, super stabil hier, ganz toll, dicken, stabilen Leder. Also du kannst jetzt gemütlich mit deinem Pferd ausreiten gehen. Und du kannst eben in einem kleinen Moment, wenn du anhältst, zum Gras fressen, Bier trinken oder was man alles so machen muss, klickst du einfach das Gebiss raus und schon hast du ein richtiges, schönes, stabiles Reithalfter. Das ist natürlich toll, weil ich erinnere mich immer, dass wir mit den blöden Halftern losreiten mussten. Und so brauchst du jetzt nur noch irgendwo einen Strick oder ein Strohband und schon hast du dein Pferd irgendwo angebunden. Und das ist wirklich sehr schönes, weiches und vor allen Dingen sehr stabiles Leder. Und du kannst natürlich hier einstellen, wie du willst, für kleinere Pferde, für größere. Also ganz tolles Teil, super, auch super toller Preis und gibt es bei uns bei zaldionline.com.